Hallo alle zusammen, ihr seht offensichtlich, dass wir nicht in der Gemeinde sind, noch nicht, weil wir heute eine Jugendstunde der etwas anderen Art machen werden. Glaube hinter Gittern, das heißt nicht, dass wir hinter Gittern glauben, sondern wir wollen uns anschauen, die Schicksale von Menschen, die hinter Gittern Jesus gefunden haben und deren Leben dadurch verändert worden ist. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern vielmehr werden wir eine noch weitere Reise machen, nämlich nach Rio de Janeiro. Und wir werden sehen, wie ermutigend es ist, dass Jesus wirklich eingreifen kann und nicht nur einzelne Menschenleben verändern kann, sondern Frieden schenken kann in ganzen Gefängnissen. Wenn das euer Interesse geweckt hat, dann schaut euch den Link an in der Description. Dort findet ihr eine super spannende Dokumentation dazu, Dokumentation dazu, auf ungefähr 45 Minuten. Was wir in Hannover machen werden, in der Jugend heute Abend, ist, dass wir uns vier Fragen stellen werden. Nämlich, erste Frage, wie stellen die Befragten ihre Umkehr dar? Was ist bei ihnen passiert? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was sagt der Film darüber aus, die Dokumentation, wie das Verhältnis von Gangs und Kirchen ist in Rio de Janeiro, im Gefängnis und außerhalb vom Gefängnis? Und woher kommt es, dass Kirchen so gut Mitglieder dieser Gangs erreichen mit ihrer Botschaft? Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist, welche Aussagen, die im Film getätigt werden, müssten wir anhand der Bibel vielleicht auch kritisch betrachten? Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und da einige auch theologische Aussagen sehen, wo würden wir sagen, ah, das findet sich vielleicht nicht so im Gotteswort? Und vierte Frage an jeden Einzelnen von uns, was können wir aus dem Film lernen, inwiefern kannst du, inwiefern kann ich in meinem Leben etwas ändern, am Beispiel von den Menschen, die wir dort sehen? Was wollen wir machen? Wie gesagt, wir stellen uns diese vier Fragen. Wir schauen erst mal an, wie wird das im Film dargestellt? Und danach gucken wir direkt in die Bibel und überprüfen das, was wir in dem Film dargestellt bekommen, anhand von Gottes Wort. Warum machen wir das eigentlich als Jugend? BEG Hannover. Warum machen wir so viel inhaltliche Arbeit? Unsere Überzeugung ist folgende. Wenn man im Leben Entscheidungen treffen muss, wenn gerade junge Menschen herausfinden müssen, wie ihr Weg durchs Leben geht, dann hilft auf die Dauer nicht eine schöne Bühnenshow, irgendwie netter Worship und ein schönes Gefühl, sondern dann verlassen wir uns lieber auf die Zusage aus Psalm 119, Vers 9, wie kann ein junger Mann seinen Weg, wie kann ein junger Mensch seinen Weg und sträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Gebote. Und das wollen wir tun. Und deshalb trainieren wir quasi in der Jugend, wir sehen etwas, was um uns herum passiert. Dort wurden Aussagen getätigt und diese Aussagen überprüfen wir dann anhand von Gottes Wort und versuchen daraus zu lernen und selber richtig zu leben. Und das ist unser Credo als Jugendliche, als junge Gemeinde, als junger Erwachsenenkreis der BEG Hannover. Was könnt ihr machen, also das allerbeste wäre dabei zu sein, aber wenn ihr das seht, wird das wahrscheinlich gerade nicht der Fall sein. Was ihr machen könnt, sind zwei Dinge. Das erste ist, so wie wir das auch in der Jugend hier in Hannover machen, wir beten, bevor wir uns treffen. Das ist unser Jugendgebet, um am 18.45 Uhr hier. Macht das doch auch jetzt. Haltet einmal inne und betet zu Gott, dass er euch begegnet, dass er euch sein Wort aufschließt, dass ihr etwas lernen könnt, auch aus diesem Film. Das ist das Erste und ihr könnt natürlich auch gerne für uns beten hier in Hannover. Das Zweite, wozu ich euch ermutigen möchte, ist, macht doch das Gleiche, wie wir es jetzt gleich machen werden. Nämlich schaut euch den Film an, wie gesagt, Link in der Description und dann bearbeitet diese vier Fragen. Ich wiederhole sie nochmal. Erstens, wie stellen die Befragten ihre Umkehr dar? Zweitens, wie ist das Verhältnis von Gangs und Kirchen in Rios Gefängnissen und auch draußen? Und warum erreichen die Kirchen so viele Mitglieder der Gangs mit ihrer Botschaft? Drittens, welche Aussagen, die im Film getätigt werden, müssen wir anhand der Bibel auch kritisch hinterfragen? Und viertens, was können wir persönlich daraus lernen? Gottes Segen euch dabei. Wir freuen uns, auf diesem Weg verbunden zu sein im Studium von Gottes Wort. Macht es gut. Gottes Segen euch dabei. Untertitelung des ZDF, 2020